Paderborn Lippstadt Airport. Modern, weitreichend, weltoffen. Für Passagiere, Reiselustige oder Besucher. Wir bieten Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und lassen Sie die Faszination Fliegen hautnah erleben. Starten Sie aus dem Herzen Westfalens nach Europa oder in weite Teile der Welt. Mit unserem umfangreichen Streckennetz finden garantiert auch Sie Ihre Lieblingsdestination in den schönsten Urlaubsregionen. Für Privatpersonen und Geschäftsreisende ermöglicht der Paderborn Lippstadt Airport eine professionelle und flexible internationale Anbindung. In dem reisefreundlich gestalteten Terminal sorgt ein umfangreiches Shopping- und Gastronomieangebot für Ihr Wohlbefinden. Kurze Wege gibt es nicht nur hier, sondern auch vor dem Fluggastgebäude. Nach einer bequemen Anreise warten zahlreiche Stellplätze, preiswerte Parkflächen und zwei Parkhäuser auf Sie. Seien Sie ganz nah dran am Flughafengeschehen, in unserem Quaxhangar. Die Besucherterrasse bietet Ihnen einen unvergesslichen Panoramablick. Die Quaxflieger eine großartige Ausstellung beliebter Oldtimer. Dieser faszinierende Anziehungspunkt mit seiner ganz außergewöhnlichen Architektur hat täglich für alle Interessierten geöffnet. Hier tauchen Sie ein in die Historie der Fliegerei und genießen ein besonderes Flair mit vielseitigen gastronomischen Angeboten. Paderborn Lippstadt Airport Modern, weitreichend, weltoffen. Direkt in Ihrer Nähe.